inventar rüstung 59 4 immer noch okay also den machen wir auf jeden fall weg ist ja witzig okay und dann machen wir den da mal weg also wir räumen jetzt hier einfach mal ein bisschen auf das ist ja alles nicht dramatisch und einmal so das reicht auch schon wieder dann können wir hier sagen zack 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 ach so das war übrigens doof aber ist egal zack und dann sind wir auch schon fertig mit dem holz zack inventar auf rüber 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 da haben wir wirklich hier nur 99 zeug nicht über okay also da war glas da war stein das war voll so diese ganzen steine halte ich für ziemlich voll da ist noch erde da ist wüstenstein da ist schotter also alles andere würde mich überraschen muss ich ganz ehrlich sagen was haben wir hier rohstoffe nachkommen drauf so was würde ich denn jetzt gerne machen ich würde ganz gerne bevor ich hier durchdrehen würde ich ganz gerne wie nenne ich ihnen das jetzt wie sage ich ihnen das was ich gerne machen wollen würde also das eine was ich ganz gerne machen wollen würde wäre halt hier meine samen aufbewahren also meinen samen natürlich was denn sonst so dann haben wir hier noch mal zack da kommst du noch mal drauf und du kommst dann noch mal oben drauf und dann düsen wir noch mal hoch in die küche ich bin gerade ein bisschen unkoordiniert das weiß ich nichts desto trotz so haben wir hier auf jeden fall wieder brot haben wir hier 49 von dem zeug würde ich eigentlich hier ganz gerne dich wieder rüber nehmen würde ich hier sagen zack und zack mach noch einmal mehl schieb das zeug auch da hoch okay scheint wirklich dingens zu sein das passt die eier können wir eigentlich wieder wegpacken so den sand den sand können eigentlich packen aber vorher bevor ich sowas machen möchte okay ich wollte hier zum holz ich wollte mir hier so ein ding holen dann wollte ich hier sagen wir bauen uns ein schild 1 2 3 4 5 6 eines passt zurück zurück und dann knallen wir das mal da oben hin ein schild sagen wir 6 das passt schon und dich nenne ich wieder stein so dann kommst du hier rein und du da rein und du da rein und und ähm ich würde ganz gerne mal ein kleines experiment machen wie viele von denen brauche ich wie viele von denen brauche ich eigentlich eigentlich so eigentlich habe ich genug ne 1 2 3 3 4 so 4 aus denen machen 3 kobbel und wenn ich jetzt zack 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 und zack das bringt mir gar nichts so 1 2 3 4 ok das sind jetzt 6 steine das müsste gehen ok und das gibt mir 8 also man kann die wilde umwandeln das hat keinerlei konsequenz das ist sehr schön auto kobbel stones der das ist auch nicht schlecht das war er in dieser ersten höhle die ich überhaupt jemals gemacht habe war das so ein bisschen unbefriedigend aber das ist jetzt echt cool ok ok also 1 2 3 1 2 3 so 6 wären es also kann ich dich halbieren also kann ich dich halbieren kann ich dich halbieren jetzt machen wir erstmal so machen wir erstmal so machen wir erstmal so mache mir erstmal so würde ich dich halbieren und da drauf dich halbieren und da drauf war blödsinn ehrlich will sie ja normalisieren beim sich halbieren darauf war klar einer bleibt über immer bleibt einer übel ich ja über ok ach ich habe jetzt drei schilder gemacht oder wie wurden sein okay dann machen wir das noch mal einmal so 1 2 3 4 5 6 und es gibt drei tatsachen ok ist mir jetzt persönlich aber auch egal das holz kann zurück die stäbchen würde ich gerne behalten die schilder auch die schilder auch und das holz würde ich eigentlich auch gern mitnehmen der punkt ist der schnuffelten ok also was wir machen können hier wir können es ja mal probieren nee ich hätte gedacht es gibt ein buch so dann würde ich da mal gerne hoch und hier noch mal sagen nee hier war es nicht so wie war das so und so ne zack zack ok geht nicht weg mit dir weg mit dir weg mit dir der seo oh auch nicht schlecht ich kann eigentlich wieder da hoch tun du kannst eigentlich da sein so viele steine hatte ich leider nicht türen haben wir hier auch noch kann ich die türen auch wieder zurück verwandeln zack 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 sieht gerade nicht so aus die holztürn würde ich dann ganz gerne wieder zurückgeben Das Holz will ich behalten. Der Sand ist in Ordnung. Was habe ich denn hier noch? Da habe ich noch Stahl. Habe ich hier noch was? Nein. Habe ich hier noch was? Nein. Okay. Gut, gut. So. Also, da habe ich auf jeden Fall... Ja, das mit den 50 würde passen. Ah, wunderbar. Da hätte ich ja fast 100. Das ist ja fast perfekt. Okay. Die Sache mit dem Getreide... ...ist auch nicht so ohne. So, was mich jetzt mal interessieren würde. Kann ich sowas wie eine Sense machen? Okay, das ist eine Ecke. Kaktusschild, Diamantenschild, Bronze-Schild, Kaktusschild. Enhanced-Cactus-Schild. Steel-Schild. Wieso habe ich keinen Mies-Schild? Beehive. Den muss ich doch aus Bienen machen, oder? Ja, drei. Deswegen wollte ich ja noch ein bisschen... ...warten, bis ich Bienen finde. Name-Tag. Honey. Honey. Honey-Block. Honey. Wo kriege ich den Honey-Block her? Aus Honey, Honey, Honey. Honey, Honey, Honey. Must be funny. So. Aber das würde ich jetzt alles eigentlich gerne mal lassen wollen. Was ich jetzt vielleicht hier mal gucken möchte, ist Crafting-Technisch. Eins, zwei, drei. Und Sticks. Eins. Äh, 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 äh. Nee. Und was ist hier? Eins, zwei, drei. Okay, das war nicht der Witz an der Geschichte. Aber hier vielleicht eins, zwei, drei. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Ähm, was ist das? Steel Bars. Okay. Ich würde gerade nach Eisenbahnschienen suchen. Weil ich ja ein Card hab. Ah, das können wir auch mal ausprobieren. Ob das irgendeinen Effekt hat. Okay. Machen wir erstmal alles weg. Und bei... Nee, warte mal. Machen wir wirklich mit Holz. Zack, 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 zack. Zack. Und dann würde ich die einfach aus Spaß mal hier auf dem Boden verteilen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Genau. So, und dann würde ich dich mal gerne nehmen. Nee, das geht ja gar nicht. Ja. Okay. Vielen Dank.